Guten Morgen, guten Morgen Leute und willkommen in einem neuen Vlog auf unseren Kanal, meinen Kanal. Ich wollte mal einen Kanal mit meinen Freunden machen, aber ja, sie ist noch nicht dazu bereit. Ja, wir machen jetzt Eier. Meine Freundin schneidet jetzt die Blattpern hier. Ja, es ist sehr lecker, hat meine Mama gemacht. Willst du es probieren? Komm, Mama hat es probiert. Und, was hast du das? Wie geht's? Fehlt da irgendwas? Ja. Und dir, Schatz? Ich schmeck das. Ja, auf jeden Fall trinken wir jetzt was. Ja, gleich. Meine Mama macht schon Essen. Was macht meine Mama noch mal, Schatz? Irgendwas. Kohl. Kohl. Kohl Rouladen, ne? Kohl Rouladen, ok. Füllung. Hartzfleisch mit Reis. So eine polnische Spezialität, was wir immer so oft essen. Und dann kommt das Kohl Rouladen aus Hause, Kartoffeln und das ist sehr lecker. Ja, ich war joggen. Wir sind ungefähr acht Kilometer gelaufen, gejoggt. Und ja, am Ende fahren wir ein bisschen mehr am Rennen, sagen wir mal so. Ja, aber auf jeden Fall hat mir echt gefallen. Hat es Spaß gemacht, so mal vor morgen zu joggen gehen. Bereit alles bevor und wir fahren gleich an. Ich zeige euch mal, wie das geht alles. Ich wechsle jetzt meine Freunde, aber ich mache hier die Blätter ab. Meine Freunde macht das so vor, was das ja. Das heißt, ich komme in das Blatt rein. In das Blatt rein, dann macht das So und Anion. Wir sitzen jetzt hier auf dem Balkon, essen ein bisschen Popcorn. Und, was willst du noch so sagen? Was hört man? Ah, schau, es ist Popcorn, hab ich vergessen. Und jetzt kannst du da sein? Ja, das Gewitter. Meine Mama hat Essen für uns gemacht, hat vorbereitet, so präsentiert sich das Ganze. Es ist echt sehr, sehr, sehr lecker. Ich habe das schon ein bisschen probiert, aber ja, wir essen jetzt. Okay, ich weiß nicht, ob ihr alle schon wisst, dass wir schon seit ein Jahr schon zusammen sind mit meiner Freundin. Vor zwei Tagen ist ein Jahr schon umgegangen und ich habe meiner Freundin was geschenkt und meine Freundin auch was mir. Und ich wollte euch echt was zeigen und wollten wir euch zeigen, was meine Freundin gemacht hat. Ja, richtig schön Geschenk. Also wir fangen jetzt einfach an. Okay, wir fangen an. Da ist ein Bild von uns. Dann macht das Mann jetzt so auf. Okay, an der Seite. So, Schatz, oder? War das? So. Mach ich mir mal nach unten. So, mehr Licht, Sekunde. Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. So. Okay. Also so sieht das aus. Okay, wir fangen jetzt von hier. Lass ich euch zeigen, oder soll ich? Okay. Okay. Hier. 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 Zum Aufklappen. Also zum Aufklappen. Und hier ist der letzte noch. Ich wollte das euch gerne zeigen, weil das ist einfach Kunstwerk. Das ist sehr schön, was meine Freundin gemacht hat. So. Ich denke, ihr könnt das hier sehen. Ja. Sekunde. Ja. Und dann hier gibt es so verschiedene, verschiedene hier. Fächer. Fächer. Ja. Okay. Was machen wir immer. Was machen wir an? Dings. Hier. So. Und hier drin sind so kleine, ich nicht so kleine, die man noch gestalten kann. Zum Beispiel, ich verspreche dir und dann so kleine Versprechen. So Aufklappen ist hier ein Bild drin von uns beiden. Genau. Hier ist auch was. Sollen wir alle zeigen oder? Ähm. Sollen wir mal schon. Okay. Ist das Trouble? Ja. Okay. Zeigen wir mal hier. Einfach Erinnerungen oder Sachen Gründe, warum ich ihn liebe. So. Weil er immer meine Hand hält oder sowas. Oder ich auch meine Schulter zum Anlehnen hab. So Sachen. Mit seinem Lächeln. Wenn er mich immer zum Lachen bringt. Ja. Und hier waren wir in Villingen. Mit dem ersten Urlaub. Mit dem ersten Urlaub. Mit dem ersten Urlaub. Also die Eltern von meiner Freundin haben mich mitgenommen. Ich konnte mitfahren. Und hier waren wir in Villingen. Am 16. Oktober. Bis 19. Oktober 2020. Das kann ich auch hier sehen. Ja schön. Oh, ist das nochmal drauf? It's a beautiful journey. Also eine schöne Reise. Ja. Ja. Und hier waren wir nochmal in Halde. 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 In Bottrop. In Halde. In Halde. An der Halde Hanjel. Ja, Schatz. Und auch hier in Duisburg. Bei der Thyssenkopf. Ja, Schatz. Dazu haben wir auch ein Video aufgenommen. Also könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ja. Und hier noch. Okay. In der Mitte war noch so eine kleine Box. Wo ich so Kleinigkeiten reingetan habe. Einen kleinen Brief. Keine Ahnung. So Sachen. Und Haargummis. Weil er dir jetzt nötig hat. Ja, ich hatte. Ja. Damals hatte ich kurze Haare immer. Meine Freundin will auch, dass ich ein bisschen meine Karte kürzer mache. Ja, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es einfach noch nicht. Ja. So, wir Schatz nochmal hier die anderen zeigen. Zum Beispiel von jedem einen. Warte mal. Hier sind auch solche Bilder. Und dann kann man das so ziehen. So. So, ne? Ja. Noch von Willing vom Urlaub. Voll cool, ne? Voll cool, ne? Ja, Schatz. Du hast dir jetzt sehr, sehr viel Mühe gegeben, Schatz. Das nützt mehr drin, okay. Und das, wenn wir zeigen. Und zwei drin sind. Zwei drin. Ja, mit den Metzen. Das letzte. Ja. Ja, okay. Und hier das letzte zeigen wir noch schnell. Gründe, warum ich dich liebe. Okay, dann lese ich euch mal vor. Du mich immer zum Lachen bringst, auch wenn ich sauer bin. Und alles dafür tust, damit wir uns sehen können. Ja, das ist gut. Ich liebe dich, weil du immer für mich da bist. Und du auf mich aufpasst und dich um mich sorgst. Ja. Du großzügig, hilfsbereit bist und sehr gutes Herz hast. Ein sehr gutes Herz. Ein sehr gutes Herz, ja. Wenn du mich immer zum Lachen bringst. Ja. Wie sieht das Ganze aus? Sehr, sehr schön. Danke schön. Sehr schön. Ja und so wollen wir auch unseren Vlog beenden. Vielleicht überrede ich meinen Freunden, dass sie auch später meine Mama klopft. Mama komm mal kurz. Hi. Willst du Hallo sagen auf dem Vlog? Nein. Sag mal Hallo. Hallo. Hi. Ja, so wollen wir auch unseren Vlog beenden für heute. Dann komm nachher. Ja, egal. Na halbe Stunde. Nein, nein, nein. Jetzt ist alles gut. Willst du jetzt? Nein. Na halbe Stunde. Okay. Ja, meine Mama wollte, hat meine Freundin gefragt, ob sie die Haare vielleicht flechten kann. Weil meine Freundin macht das echt super. Vielleicht machen wir ein Tutorial oder was. Vielleicht, wenn ihr wollt. Schaut mal gerne in die Kommentare rein. Und wenn euch das Ganze gefallen hat. Video. Hm? Das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Abo und ein Like hinterlassen. Das wird uns echt freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.